Es kommt immer wieder mal vor, dass wir mit Unternehmer sprechen, die sagen, Suchmaschinenoptimierung brauche ich nicht, weil wenn man nach meinem Unternehmensnamen googelt, werde ich ja schon oben gefunden. Ist ja alles schön und gut, aber völlig irrelevant, denn diejenigen Personen, die nach einem Unternehmensnamen suchen, die haben natürlich auch den Anspruch, explizit dieses Unternehmen zu finden und so ist es halt eben keine Kunst, dort in Google weit oben platziert zu werden. Ganz im Gegenteil, kommt Google natürlich auch von alleine auf die Idee, eben diese Unternehmenswebsite dann eben nach oben zu positionieren. Wo aber die Musik spielt, das sind natürlich alle Begriffe rund um die Produkte und Leistungen, nach denen gesucht wird, eben nicht in dem Zusammenhang mit einem Unternehmensnamen. Dort ist das größte Suchvolumen vorhanden in der Regel und genau das ist unser Tagesgeschäft, unsere Kunden an diesen Positionen zu bringen, wo halt wirklich Geschäft gemacht wird am Ende des Tages. Das heißt, die Suchbegriffe rund um Produkte und Leistungen sind die Begriffe, die wirklich relevant sind und die auch letzten Endes dazu führen, dass man halt eben neue qualifizierte Besucher auf seine Website leitet. Denk mal drüber nach oder lass uns drüber nachdenken und das in einer kostenlosen Potenzialanalyse ganz im Detail vorstellen. Buch dir dazu einfach einen Termin auf philpoch.de. Buch dir dazu einfach einen Termin auf die Musik. Buch dir dazu einfach einen Termin auf die Musik.